Yo, guten Mittag meine lieben Freunde. Heute um 12 Uhr, das heißt in genau einer Stunde nach dem Release dieses Videos geht der Test-Server wieder online. Das ist auch jetzt nur ein kleines Infovideo für diejenigen, die auf den Test-Server möchten und vorher natürlich vorbereitet sein möchten. Voraussichtlich 24 Stunden ist der Server geöffnet und die Cross-Server-Zone wird wieder getestet, beziehungsweise es wird dieses Mal in der Cross-Server-Zone auch ein paar Neuerungen geben, die ich selber auch noch nicht so ganz rausgefunden habe. Es soll ein Hauptquartier jetzt für jede Firma geben und ja, findet es selber raus, wenn ihr Bock habt. Der Test-Server ist erreichbar, wenn ihr oben auf die Weltkugel klickt, hier oben seht ihr die Weltkugel und dann stehen ja hier die ganzen Server, Europa hast du nicht gesehen und um 12 Uhr wird hier stehen Test-Instanz und dann klickt er da drauf und meldet euch an. Das ist der ganze Zauber, mein Name ist Eddie Blue und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr Bock habt, auch dabei seid auf dem Test-Server. Bis dann meine Freunde, habt einen schönen Tag.